Ich finde es mega. Ich finde es mega schön. Ich fühle mich total gut darin. Es ist wunderschön, dass es so ein leichter fließender Stoff ist. Das gefällt mir total gut. Und dann hier oben mit der Spitze, das ist genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, dass es so eng anliegt und der Ausschnitt, der jetzt auch nicht zu tief ist, gefällt mir richtig gut. Fühlt sich jedenfalls mega an. Der Rückenausschnitt gefällt mir noch nicht so richtig. Ich glaube, ich hätte lieber, wenn da ein bisschen mehr zu wäre. Da müssen wir noch mal drüber sprechen. Das Kleid ist super toll. Mir gefällt besonders, dass das so leicht ist und ich fühle mich da total gut drin. Mir gefällt der Rückenausschnitt besonders gut. Hier die Träger gefallen mir besonders gut. Wie das fällt, ist wunderschön, dass es einfach so locker leicht ist. Ich weiß nicht, was mir besser gefällt. Das erste oder dieses Kleid hier. Könnte man das erste Kleid am Rücken so verändern, dass es so ist wie dieser Rücken. Sehr, sehr gerne, dass wir den Rücken so ein bisschen schließen und hier so ein bisschen noch eine kleine Spitze draufsetzen. Dann würde ich vorschlagen, wir ziehen es nochmal an. Jetzt habe ich nochmal das erste Kleid an. Ja, dann frage ich dich, Bianca, du sagst, yes, to the dress. Yes, to the dress. Yay! Yay!